Hallo, ich bin die Nathalie Weinziel, ich bin Eiskunstläuferin und zweimalige deutsche Meisterin. Unter anderem war ich auch bei Europa- und Weltmeisterschaften und auch bei den Olympischen Spielen in Sochi 2014. Ich mache jetzt bei der Plank Challenge mit für das RespoFit und möchte mich auf dem Weg noch ganz herzlich bei euch allen bedanken für die Unterstützung. Ach ja, und die Challenge läuft jetzt zwei Minuten zäh. Vielen Dank. 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 . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. . . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. . Vielen Dank. 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 Vielen Dank.